ich sehe mich im clan drin bin aber nicht drin kleinen moment ich bin definitiv nicht drin ich sehe mich aber da drin es ist ein Glitch guten tag meine lieben leute hier ist der gusua ich habe eigentlich hätte ich noch ein normales video gehabt ihr habt ja heute dann schon das cr video gesehen und ich will ja nicht dass irgendwie diese situation aufkommt oh Mist jetzt macht er mehr cr als coc nein 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 deswegen kommt heute einfach mal neuer stuff und zwar das cr video von morgen ist noch in anführungsstrichen ein altes ich mache dann heute noch mehr wieder dazu dass ihr halt eben wieder schön befriedigt werdet übers wochenende ganz klare sache auf jeden fall und da läuft es auch wieder besser muss ich echt sagen also ich habe die die ja das deckt dann noch ein bisschen umgestellt und komme damit ganz gut klar und ich kann da ja auch schon so ein bisschen die katze aus dem sack lassen ich habe endlich den elixiersammler bekommen und zwar war das eine ziemlich geile geschichte und zwar war ich noch in liga in arena 5 wieder und kurz vor arena 6 hatte meine kronentruhen irgendwie ich glaube 9 von 10 oder sowas und ich muss mal gerade gucken den nehme ich und hatte einfach mal die überlegung ey das wäre ja cool wenn du hoch gehst und in dem moment in dem du hoch gehst halt direkt ja mit der letzten kronentruhe halt dann in der nächsten arena bist und dann richtig schön absahnen kannst und vielleicht eine richtig coole karte ziehst und siehe da es wurde der elixiersammler und der hat echt schon richtig 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 krass das game gechanged würde ich mal meinen das ist ein kleiner game changer und das ist natürlich mega nice auf jeden fall und da werdet ihr dann in der nächsten zeit wieder ordentlich zeug davon zu sehen kriegen weil es ja immer hieß oh ja du bist so schlecht ja ich bin wirklich schlecht in cr also in coc ist ja mittlerweile schon wirklich machbar ist es ja wirklich vertretbar aber ich mach mir da auch wirklich nichts draus also das ist dann halt so und fertig also ich muss da nicht irgendjemandem gefallen wie gesagt wenn halt einer sagt hey das ist ja total doof ist das doch in ordnung dann kann er ja gerne ein anderen channel anschauen ich sag gar nicht mal irgendwie irgendwas weil ich gespült ist oder sowas das ist ja blödsinn weil es wieder so einen negativen touch gibt es ja quatsch ähm jeder hat so seine art und dann passt das muss ich mal gerade gucken wo ich hier noch tausend ja schisse habe ich hier guckt mal hier seht ihr das nämlich auch also ich habe das jetzt jetzt fangen die heiler mal an was zu machen weil das habe ich öfter dass die heiler einfach mal sagen fuck you ich heile die bogeys nicht und es macht natürlich eher nicht so viel spaß wenn du halt da sitzt und nur noch irgendwelche bogeys am start hast weil deine queen verreckt ist und dann ja überheilt der heiler die einfach mal nicht ist dann nicht so schön ist fast ein bisschen unlustig ja klar da one hit und die bogeys sind away aber hier haben wir natürlich noch ein bisschen luck können wir noch schön das elixin zwar nicht so the dark one aber immerhin so normal von das ist geiler scheiß was ich auch wirklich gerne noch spielen würde was aber einfach ja kompaktibilitäts mäßig halt gar nicht mehr geht irgendwie wer halt ich würde halt echt gerne mal dungeon siege spielen ja das ist ein spiel da alter ist das ist das lange her und zwar habe ich da noch nicht mal meine ausbildung angefangen das heißt ich war fuk also vor fünfzehn fuking jahren alter werde ich alt kranker scheiß auf jeden fall also ja irgendwie so ja um die jahrtausendwende rum es war einmal und so weiter und und da ja habe ich dann schon siege gespielt und das ist richtig geil das ist so richtig cool aber egal so ist es halt ja bis das wird halt teilweise geht das auf windows 7 nicht mehr glaube ich und dann ist das ein bisschen blöd nichtsdestotrotz möchte ich gerne euch noch mal kurz die base zeigen also die zeige ich ja immer gerne noch mal so ein bisschen also hast du ja dann den spell mehr hat er auch vollkommen recht gehabt ist mir echt entfallen du hast halt echt manchmal so eine sache im kopf und dann ja toll da war doch noch was guck schon mal rein kühne wurde auch angegriffen aber nicht so hart dass man jetzt sagen würde boah geht ja halt gar nicht und ja rathaus wurde weggesnackt kristall 2 klar aber ich meine ist natürlich hier auch guckt man euch an da ist ein komplett fool und da frage ich mich natürlich schon warum ich meine die die sache ist die guckt man ihr seht hier expo ist am ausbau richtig gut dafür wurde halt eben geld ausgegeben gold in dem fall das ist cool wenn du jetzt aber wiederum die ganzen lager voll hast dann kann es ja nur sein dass du hardcore mäßig gefarmt hast und alles im upgrade hast könnte sein so jetzt schauen wir mal du hast hier den king im bau von 22 auf 23 ein bauarbeiter weg der zweite ist beim expo weg so mehr kann ich leider hier doch doch hier dritter also alleine wenn ich das schon sehe dass momentan drei könnten auch noch mehr sein falls die an irgendwas anderem zerstörten rumrennen könnte ich mir schon vorstellen aber an sich ist das natürlich schon mal richtig krass dass du dann trotzdem komplett volle lager hast läuft auf jeden fall bei dir das ist auf jeden fall eine sache die man auf jeden fall erwähnen sollte mauern sind okay mit level 9 wie gesagt ich bin ja echt so langsam der meinung wie gesagt ich bin natürlich froh und stolz wie auch immer dass ich die auf 10 gemacht habe bevor ich dann auf rathaus 10 gegangen bin aber würde ich jetzt auch nicht mehr als muss ansehen wisst ihr selber ihr kennt meine meinung dazu ansonsten fläche einzel schaden hier beide sehr gut was mir nicht gefällt dass die luftfeger halt wirklich direkt in die base rein pusten ist mir halt nichts wirst da auch wie ich dazu stehe luftabwehr eventuell nur falls du es eventuell machen wollen würdest wird ich sie eventuell eins nach hinten setzen weil hier ist egal meine meinung und kombo magiaturm und die lager es ist immer ziemlich geil von daher ist das auf jeden fall nice gucken wir mal hier der der rest wird auch so aufgebaut sein bohrer fürs dunkle minenwerfer hier am start elixiersammler passt luftabwehr packt ihn noch eins weiter rein meiner meinung nach ich weiß nicht was du da für eine bombe oder wie auch immer am start hast da oder ja manchmal weiß ich nicht wie gesagt hätte ich natürlich jetzt gesehen wenn ich angenommen worden wäre wäre natürlich cool gewesen aber scheint nicht so die wollen mich nicht ja so ist das halt ansonsten 20er queen passt king ist vollkommen in ordnung das ist in ordnung das läuft 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 Infernus passen das sieht gut aus und eben die aufstellung selber ist natürlich ganz nice also schön eben einzel und flächenschaden kombiniert einwandfrei passt gefällt mir gut schade ich hätte ich gern angegriffen ich hätte ich gern angegriffen ich sehe mich im clan drin bin aber nicht drin klein moment ich bin definitiv nicht drin ich sehe mich aber da drin what it's a glitch was ist denn das bitte ich müsste normalerweise hier in der clan burg auf clan gehen können was ist das notunterkunft guck mal bitte selbst ich also ich es ist kein fake gusor es hätte ja genauso sein können klar es ist definitiv mein account und ich werde offiziell als naja ok beitreten was ist das bitte holy shit ich starte mal bluestacks neu mal gucken was da passiert alter das ist wie geht denn das bitteschön so ihr seid live dabei ich bin drin das ist ja einfach ne leider nicht egal jetzt wird auf jeden fall äh migl angeguckt migl 2.0 finde ich total krass er ist aber auch er sagte er ist online und ist aber leider immer noch nicht der fall schade ne das ist wie gesagt das ist Mist wenn eine base gecrasht ist dann äh bringt das nicht so wirklich viel aber das ist ja krass das hatte ich ja so definitiv noch gar nicht krass ich will es jetzt nochmal gerade gucken notunterkunft ich kann es gerade echt nicht fassen ich bin da angeblich drin kleinen moment ich dann probiere ich es mal auf dem handy nicht dass bluestacks rumspackt ne auf dem handy genau dasselbe thema krasses pferd junge das hatte ich noch nicht habt ihr das auch schon mal gehabt das würde mich mal interessieren ja damit möchte ich das video auch langsamer zu ende bringen schade dass das so unschön geklappt hat also ich hätte lieber gerne noch mehr gecheckt aber so ist das leben halt dann ist nun mal nicht anders das war's von mir wie gesagt dann habt ihr erstmal wieder was neues in der hand ich wünsche euch was ciao ciao